Hallo und herzlich willkommen bei Boltz Sports Tech. Es freut mich, wie man das eingeschaltet hat. Heute nehmen wir die Garmin Tactics 7 Amoled Edition unter die Lupe. Diese ist nämlich im Stealth-Modus erschienen. Keine Vorankündigung, gar nichts. Wie passend für eine Uhr, die für taktische Manöver gemacht wurde. Ich habe sie für euch getestet und zeige euch heute, was sie alles kann. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Wie immer beginnen wir mit Zahlen, Daten, Fakten. Die Uhr kostet 1399,99 Euro und ist in einer Größe erhältlich, und zwar in 51 Millimeter. Sie ist 16,4 Millimeter dick und wiegt 96 Gramm mit dem Armband. Ohne Armband wiegt sie 59 Gramm. Das Uhrenglas besteht aus Sophia, die Linette ist aus Titan gefertigt. Das Gehäuse besteht aus einem faserverstärkten Polymer und auf der Rückseite findet man ebenfalls das restliche Gehäuse aus Titan. Die Uhr ist kompatibel mit 26 Millimeter Quick-Fit-Bänder, die man von Garmin bereits kennt. Im Lieferumfang gibt es dieses Nylonband, das schaut wirklich toll aus. Ich muss aber dazu sagen, dass es anfangs sehr steif ist und jetzt nach circa zwei Wochen wird es ein bisschen weicher, also man muss sich da etwas gedulden. Zusätzlich zu diesem Nylonband ist auch ein Silikonband im Lieferumfang enthalten. Das Display der Uhr ist ein AMOLED-Touchscreen. Es hat einen Durchmesser von 1,4 Zoll und die Auflösung ist 454 x 454 Pixel. Zusätzlich verfügt die Uhr über eine LED-Taschenlampe, die findet man hier oben und die leuchtet entweder weiß oder grün. Neben dem Display gibt es im Vergleich zu den anderen Tactics 7 Modellen eine Neuerung und zwar wird hier der neueste optische Herzfrequenzmesser verbaut, der Elevate Generation 5. Dieser ist etwas breiter, lässt weniger Licht von der Seite zu und verspricht dadurch eine noch genauere Messung. Schauen wir uns als nächstes die Akkulaufzeit an. Das ist nämlich etwas, wo die Tactics definitiv punkten kann. Im Smartwatch-Modus schafft die Uhr bis zu 31 Tage, vorausgesetzt ich deaktiviere das Always-On-Display. Habe ich dieses aktiviert, schafft die Uhr dennoch 11 Tage. Im Energiespar-Modus sogar bis zu 41 Tage. Habe ich GPS aktiviert, so kann ich 89 Stunden Autoaktivitäten tracken. Habe ich zudem noch das Always-On-Display aktiviert, 58 Stunden. Wenn ich alle Satellitensysteme aktiviere, 62 Stunden oder 48 Stunden mit eingeschaltetem Always-On-Display. Will ich die genaueste Messung haben, habe alle Satellitensysteme aktiviert und Multiband, dann schafft sie dennoch bis zu 38 Stunden bzw. 30 Stunden mit Always-On-Display. Und habe ich alle Satellitensysteme aktiviert und möchte auch Musik hören, dann schafft sie dennoch 17 Stunden. Soviel zumindest zu den Herstellerangaben. Bei meinem 12-Stunden-Test Apple Watch Ultra 2 habe ich die Tactics ebenfalls getragen. Und nach 12 Stunden hatte ich immer noch 81% Akku. Ich hatte das Always-On-Display deaktiviert und SateQ aktiviert. Mit dieser Einstellung verliert die Uhr 1,6% Akku pro Stunde. Das heißt, sie würde maximal 63 Stunden schaffen. Also das sind schon beachtliche Werte. Ich habe übrigens die Uhr vor 12 Tagen das letzte Mal aufgeladen. In diesen 12 Tagen habe ich 16 Stunden GPS-Aktivitäten mitgetrackt, 4-5 Stunden andere Aktivitäten, habe sie Tag und Nacht getragen und habe heute noch 19% Akku. Also über die Akkulaufzeit bei dieser Uhr kann man sich definitiv nicht beschweren. Du musst dir vorstellen, 93% der Leute, die meine Videos schauen, haben meinen Kanal nicht abonniert. Falls du einer davon bist, dann sei so gut und abonniere meinen Kanal, denn auf der einen Seite unterstützt du mich und auf der anderen Seite verpasst du dann keine Videos mehr. Aber jetzt mach mir weiter mit dem Video. Im Prinzip ist die Taktik 7 AMOLED Edition eine Epyx Pro mit einer etwas anderen Lünette, grünem statt rotem LED-Licht und taktischen Funktionen. Und was genau das für Funktionen sind, das zeige ich euch jetzt. Durch den sogenannten Nachtsichtmodus. Hier wechselt die Uhrenoberfläche zu grün und zeigt nur die Grundzeit und das Datum an. Das Anzeige Diamond ändert sich standardmäßig auf 4 Sekunden. Darüber hinaus ist im Nachtsichtmodus der Herzfrequenzsensor ausgeschaltet. Mit diesen Einstellungen steht somit kein Blendeffekt und das Display ist auch mit Nachtsichtoptiken verwendbar. Außerdem ändert die Taschenlampe vom weißen Licht zu grünem Licht. Im Tarnmodus wird die Aufzeichnung der Route sowie alle drahtlosen Kommunikationsfunktionen der Uhr ausgeschaltet. Es ist weiterhin möglich Aktivitäten zu tracken, jedoch wird die Standortinformation auf der Uhr nicht gespeichert. Dies kann in gesicherten Bereichen, wo drahtlose Kommunikation untersagt ist, nützlich sein. Die Uhr hat auch den sogenannten Killswitch oder Notausschalter. Mit diesen lässt sich die Uhr rasch zurücksetzen. Dabei werden sämtliche auf der Uhr gespeicherte Daten gelöscht und die Uhr wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Das kann durchaus praktisch sein, wenn man in einer Position arbeitet, in der die auf der Uhr gespeicherten Informationen als sensibel betrachtet werden. Weiters hat die Uhr die Jumpmaster-Funktion, die speziell für Fallschirmspringer entwickelt wurde, insbesondere für solche des Militärs. Hier bekomme ich dann detaillierte Informationen über Fluggeschwindigkeit, Höhe etc. auf der Uhr angezeigt. Die Uhr unterstützt auch das duale Positionsformat. Auf der einen Seite UTM, auf der anderen Seite MGRS. Das ist besonders nützlich für das Militär und bietet einem die Möglichkeit, seine Position mit anderen relativ einfach zu synchronisieren. Die Funktion Applied Ballistics hilft einem bei präzisen Schießen auf große Distanz. Hier werden dann Dinge wie die Eigenschaften des Gewehrs, Größe der Kugel, Entfernung zum Ziel, Wind etc. berücksichtigt. Ich habe hier die Möglichkeit, auch diverse Daten einzugeben und danach wird mir sozusagen eine Schusslösung berechnet. Zusätzlich kann ich mit der Uhr an bestimmte Orte oder Wegpunkte in der weltweiten Luftfahrtdatenbank navigieren oder ich kann bei einer Jagd spezifische Punkte setzen, zum Beispiel, wo sich das Bild aufhält oder wo ich das Auto abgestellt habe. Ansonsten bekomme ich exakt den gleichen Funktionsumfang, den ich auch bei der Epix Pro bekomme. Das bedeutet, ich kann mehr als 80 verschiedene Outdoor- und Sportaktivitäten tracken. Ich bekomme tägliche Trainingsempfehlungen für die Woche, die sich mit jedem Training anpassen und mit meinem Wettkampfkalender abgestimmt werden. Ich bekomme Laufzeitprognosen abgestimmt. Auf meinen Fitnesslevel sehe ich, wie schnell ich 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon laufe. Ich bekomme von der Uhr meinen Trainingszustand dargestellt. Das heißt, ich sehe anhand von Faktoren wie zum Beispiel HV-Status, Trainingsprotokoll, ob sich meine Form verbessert oder ob ich ermüdet bin. Bei der Trainingsbereitschaft bekomme ich anhand von Schlafqualität, Erholung und Trainingsbelastung Empfehlungen, wie intensiv ich trainieren soll. Dann bekomme ich Metriken wie Heelscore oder Ausdauerwert, die mir anzeigen, wie gut meine Fähigkeiten sind, bergauf zu laufen oder einer längeren Anstrengung standzuhalten. Ich bekomme auch in der Früh den Morgenreport, der mir kurz nach dem Aufwachen meine Schlaferholungs- und Trainingsinformationen bereitstellt, beziehungsweise HV-Status, Termine, Wetteraussicht etc. anzeigt. Alles schnell auf einen Blick. Natürlich werden auch so Dinge wie Herzfrequenz, Bodybatterie und Stresswerte angezeigt. Und mir werden eingehende Anrufe auf der Uhr angezeigt, beziehungsweise kann ich auch Benachrichtigungen auf der Uhr empfangen. Das sind jetzt ein paar wichtige Dinge, die ich erwähnt habe. Würde ich jetzt alle erwähnen, würde das den Rahmen des Videos sprengen. Bei der Tactic 7 AMOLED handelt es sich um eine schwere Uhr, die sich natürlich beim Laufen tendenziell mehr bewegt wie eine kleine leichte Uhr. Nichtsdestotrotz zeigt sie ein sensationelles Ergebnis, egal ob ich jetzt konstant laufe, wie hier am Anfang oder auch hier im Mittelteil, oder ob ich kurze Tempoänderungen mache, wo ich den Puls mal schnell hinauftreibe. Und genau da leite ich auf das andere Beispiel um, ein Intervalllauf mit 8x200 Metern. Und auch hier zeigt die Tactic keinerlei Schwäche und erkennt den Puls immer sehr genau. Wenn dieser auch aufgrund der optischen Messung immer um eine Sekunde verzögert ist, aber für die Uhr ansonsten kein Problem und die Messung ist wirklich tadellos. Natürlich habe ich die Uhr auch beim Krafttraining getestet und hier stößt auch sie mit der optischen Messung an ihre Grenzen. Wenn auch die Herzfrequenz-An- und Abstiege meist erkannt werden, so gibt es dazwischen immer wieder kleine Fehlmessungen, speziell im hinteren Teil. Hier erkennt man das sehr gut. Diese sind zwar nicht so stark wie bei der Vorgängergeneration, aber dennoch gibt es sie. Verglichen mit anderen optischen Pulsmessern schneidet die Tactic aber sehr gut ab, nur Apple macht es hier noch eine Spur besser. Für die GPS-Messung bin ich dieses Mal eine Schlaufe mehrmals gelaufen. Ich wollte sehen, wie konstant die Uhren die Strecke aufzeichnen und ob es Stellen gibt, wo sich die Messungen stark voneinander unterscheiden. Was ich festgestellt habe, ist, dass alle drei Uhren, und zwar die Forerunner 965, die Coral Space 3 und die Tactic 7 AMOLED Edition, alle ein sehr gutes Ergebnis geliefert haben, aber keines perfekt ist. Speziell bei der Tactic 7 ist mir aufgefallen, dass sie immer den engsten Radius genommen hat. Wie man an dieser Stelle erkennt, ja, manchmal sogar ein bisschen zu eng. Hier haben die Pace 3 und die Forerunner die Strecke besser ermittelt. Auf der anderen Seite hat die Tactic 7 Richtungsänderungen wirklich immer am schnellsten erkannt. Hier bin ich wirklich auf dieser blauen Linie entlang gelaufen. Die war ein Gehsteig und die anderen beiden Uhren, die haben mich immer in die Wiese geschickt. Und auch hier zeigt sie das genauere Ergebnis. Hier war links ein Gehsteig, hier bin ich immer entlang gelaufen. Und die Forerunner 965 bzw. die Pace schicken mich mal stellenweise auf die Straße. Bei dieser Abbiegung nach links, das bin ich immer sehr, sehr eng gelaufen. Und auch hier sieht man, dass die Tactics das am schnellsten erkennt. Aber ich bin hier sehr kleinlich, denn letztendlich weichen die Uhren von der tatsächlich gelaufenen Strecke vielleicht ja 1-2 Meter ab und das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Wenn ich zurückdenke, wie das Ganze vor 10 Jahren ausgesehen hat, ja, da darf man sich wirklich nicht beschweren. Der AMOLED-Trend bei Garmin geht weiter und jetzt bekommt auch die Tactics 7 Serie ein solches. Die Uhr hat mit Bravour meine Tests bestanden und lässt, was Funktionen betrifft, keine Wünsche übrig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt es sich die Uhr zu kaufen? 1.400 Euro ist nicht wenig Geld. Ich sag mal so, für den kleinen Prozentsatz, der die Funktionen auch nutzt, vielleicht. Für die restlichen 98% eher nicht. Denn für weniger Geld bekomme ich die Epix Pro. Die hat im Prinzip den gleichen Funktionsumfang, exklusiv für diesen taktischen Funktionen. Okay, sie hat ein Rotes statt einem Grünen Licht und die Linette ist anders. Aber ansonsten ist alles gleich. Aber wie immer interessiert mich eure Meinung. Schreibt sie mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir plaudern darüber. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet, indem ihr dieses Video liked und meinen Kanal abonniert. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.